Willkommen am Mittwochmorgen. Also, ich habe jetzt heute Morgen erfahren, oder gestern Abend schon erfahren, dass ich nicht mehr rausfahre nach Harthausen, den Teleskop-Lader laden, der ist mittlerweile draußen. Gestern Abend noch. Ich habe das Ding mal kaputt. Definitiv. Gestern Abend noch mehrere Leute hingefahren und haben den rausgezogen. Ich war halt wieder alleine, ne? Egal, ähm, jetzt heute Morgen lade ich den, weiß nicht, ob man es erkennt, ich habe das Licht an, den R920, lade ich jetzt, dann fahre ich rüber in den Hof, lege noch einen Löffel drauf, beziehungsweise mache einen Löffel dran. Einen nehme ich noch mit, einen schmalen, und dann geht er raus nach Meisenheim. Ich schlafe hier drinnen meine Halle, fahre noch einen Meter zurück. Okay, na, mal ist trocken. Ja, Bremse gegen den Hofen, oder? Gegen den Hofen. Moin. Ah. So, wenn es mit reichen. Und wenn es heute Morgen und danach... Reader. So, jetzt... So, jetzt. Zähne Vielen Dank. Vielen Dank. Warum der weggeflogen ist? Der ganze Draht hängt da außen rum. Keine Ahnung. Stell mal das Wanddreieck auf. Scheiße. Ich kann jetzt wieder runterlassen, noch hochheben. Hochheben würde vielleicht gehen. Vielleicht kann ich mich mit dem Bagger sogar abstützen. Und abwarte, bis die Werkstatt da ist. Aber der muss eben erst weggeflogen sein, weil hier ist das Licht auch kaputt. Wenn es läuft, dann läuft es. Das ist der erste Reifenplatzer, den ich habe. War eine Schraube reingefahren oder ein Stein oder so. Klar, das schon öfter. Man fährt halt auch immer auf unbefestigten Straßen. Ja, aber ein Reifenplatzer. Wobei ich denke, der ist gar nicht wirklich geplatzt. Der wird einfach, das habe ich heute Morgen nicht richtig geguckt, ob der noch gut ist. Vielleicht war der schon platt. Und ich habe es einfach nicht gesehen. Und durch das Fahren wurde der dann heiß und hat sich dann halt aufgelöst. Sorry fürs Wandblinken. Es geht momentan. Geht es nicht anecht. Ich stehe hier halt auf der Autobahn. Ja, unsere Werkstatt kommt. Ich hoffe, dass wir dann hier wieder Flut kriegen. Ja, meine euern. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wo stelle ich denn hier die Bagger hin? Auf jeden Fall bleibe ich hier stehen und lade ab. Dann kann ich es auch später, denke ich, drehen. Ja, da stelle ich jede Bagger hin. Keine Ahnung. Vielen Dank. 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 Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. , 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 ,, , , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, , , ,, ,, ,, ,, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ......... ......... ......... ......... ............ ......... ......... ...... ...... ......... ...... 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 ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR www.wDR.com 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 www.wDR.com